Das S gibt es jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, grüß dich. Eins, grüß dich. Die Staffeln bestehen ja die Mannschaft, die in diesem Staat gehen bis jetzt der Staffel gestaun. Morgen. Gehen zum Start. Damit wir die Übersicht haben bei den jeweiligen Wechseln. Noch 30 Sekunden bis zum Startschuss. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Startschuss durch Gabi Moser. 117 Läufer und Läuferinnen gehen jetzt auf die Runde von genau 7.000, 32,5 Meter. Die Flasche kommt. Wir sind gespannt, die Startnummer abzugeben. Die Startnummer werden nochmal. TG Viktoria Augsburg in Führung gebracht hat. Von Platz 4 hat er sich vorgearbeitet auf den ersten Platz. Herbert Fock geht jetzt ins Rennen. Michael Roderer übergibt an Jaufmann als dritter Läufer. Der SC Gröbenzell wechselt als drittes Team. der Sportkreisell Augsburg mit 16 Rennen. Und auch schon die 2. Wo ist der dritte Läufer? Das ist die Lauchfreude aus Berlin. Das ist jeder. Ach, das ist jeder. Auf den zweiten Platz hinter dem PSV Neuburg an der Donau. Dritte Damenmannschaft seien die Damen der Elbe, der kippt jetzt an Sandra Eitler. Diese Janschätze brauchen wir ja auch so Bilder. Brigitte endlich da. Du bist endlich dein Wunsch und darf man da? Er ist sein Großrauf. Es wird loslaufen. Und das ist die zweite Männermannschaft. Die Jeringen auf Platz. 0, 1, 2, 3, 9, 3. Entschuldigung. Die Jeringen auf die zweite Malle nach vorne. Der Brei. Der Brei. Die Jeringen auf den Grunde. 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 Der Brei. 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 Der Wolfgang. Für wen bist du gelaufen? Für Gott und Vaterland! Die Theke Viktoria, erste Mannschaft, 2 Stunden 23 und 55.